Die Maschine wird geflogen von Aircraft Commander Hauptmandat Friedrich, Pilot Jan Philipp und dem Bordtechniker Hauptfeldwiebel Axel Schneier. Die Maschine muss natürlich auch immer dabei sein, weil man kann das sehr gut hier sehen, aber auch spätestens bei der Static Maschine da hinten, dass wir nach hinten als Pilot nicht wirklich was sehen. Und auch zur Seite hört bei uns irgendwann der Sichtbereich auf und das ist immer gut der Zweitritt. Und wenn er jetzt gleich sich um die eigene Achse dreht, Sie sehen das jetzt hier gerade sehr gut, das ist somit das schwierigste Flugmanöver am ganzen Vorflugprogramm, auch wenn das vielleicht gar nicht so wild aussieht. Ja, weil Sie wissen es nicht mit Dingen auszusehen. Wenn ich jetzt so eine große Seitenwindkomponente habe, dann schwebt dieser Hubschrauber, wie man so schön sagt, leicht schräg in der Luft. Das heißt, ich merke, der Wind pustet jetzt gerade von einer Seite rauf und die stehen nicht ganz gerade. Das ist immer ein guter Indikator dafür, dass man den mit der Nase mehr in den Wind dreht, zumindest wenn man irgendwelche Rettungs- oder Winden braucht. Die NATO I-3A mit dem berühmten großen Radarpilz obendrauf. Und ich begrüße Raimund Schulz. Hallo, Fassberg! Eine Sonderbemalung im Tiger-Look. Einer der modernsten Kampfhubschrauber. Der Tiger! Wir haben, glaube ich, auch sogar ein Stückchen Musik dazu vorbereitet. Vom Kampfhubschrauberregiment 36 Kurhessen aus Fritzlar, 30 Kilometer südlich von Kassel. Der Tiger! 290 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, Reichweite, drei Stunden ohne nachzutanken. Kult von einem Wachwachensystem, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, wird eingesetzt, wird eingesetzt für Aufklärung, Überwachung, Begleitschiff, direkte Unterstützung von Bogen. Der Tiger ist mit den verschiedensten Waffen aufrüstenbar. Aktuell sind wir jetzt auch vier dieser Maschinen, vier NH90-Hubschrauber im Einsatz im Mali. Und ich habe auch einen Experten hier, meine Damen und Herren, Tom Stupske. Ja, willkommen, hallo. So, wir kannst mal schauen. Da oben drauf, so ein Pudel auf der Münze, das ist die Vision. Ganz genau. So. Schauen Sie sich kurz die Führerführung an. Wir erzählen Ihnen gleich noch ein bisschen mehr dazu. Der eine oder andere wird diese Maschine vielleicht auch schon... ... ... ... Und so eine Gelegenheit, meine Damen und Herren, gibt es wirklich selten, dem Tiger tatsächlich so nah ins Auge zu schauen. Was ist sie da? Da kommt sie. Die 707, auf der das Ganze basiert und jetzt zeigt sie uns auch noch so richtig schön ihren Rücken, ist das ein Anblick. Majestätisch ohne Ende. Die 707 ist ja nun eigentlich, muss man sagen, eine echte alte Lady. Ja, diese Maschine hier ist 35 Jahre alt und wird noch weitere 15 Jahre fliegen. Dieser EC 135, erzähl mal ein bisschen was dazu. 12,16 Meter ist er lang, genau, 2,65 Meter breit wie eine Straßenbahn, 3,85 Meter hoch, 10 Meter, gut 10 Meter, 20 Zentimeter Rotordurchmesser, zwei Triebwerke zusammen, 1360 PS. Das schafft immerhin fast so viel wie der Tiger, 284. Genau, da muss ich gleich nochmal hängleifen. Ich habe 284 gestern gesagt. Heute ist er schneller. Noch mal nach. Super. Wir haben das gegen nochmal gemacht. Okay, mit dem Pinkeln vielleicht eine Bordgasse, weil die haben wir leider auch nicht an Bord. Weltweit sind ungefähr 1400 Maschinen davon im Einsatz, natürlich nicht nur beim Militär, sondern auch im Rettungseinsatz, bei der Polizei, beim Zoll. Und es soll auch den einen oder anderen VIP geben, der sich so eine schöne Maschine geleistet hat. Und diese Maschine ist vor allen Dingen für den Ausbildungseinsatz in der Bundeswehr in Verwendung. 1000 Fuß Höhe fliegen, das sind 20 Kilometer fast. Das ist doppelt so hoch als die höchste Höhe, die so ein normales Verkehrsflugzeug erreichen kann. Ja, also was er jetzt hier zeigt, das ist zum Beispiel eine Rolle um die Längsachse, wo er auch sehr am Mittelpunkt fliegt. Also wir fliegen jetzt mit maximalem Anstellwinkel, was der Computer uns gibt, und fliegen so langsam wie wir können. Das sind um die 120 Knoten jetzt, was auch sehr beeindruckend ist. Also er kann nicht nur sehr schnell, sondern er kann auch sehr langsam fliegen. Er kann jetzt, wenn er Vollgas gibt, einfach fliegen, zur Gleichzeit kommen. Ja, ab und zu mal Reporter mit oder so. Wir können natürlich auch normal fliegen, in Anführungsstrichen. Aber das ist für ein Umgebnis, das ist ja nicht aushaltbar. Erst sehr schwierig hingelangen könnten. Das Ganze spielt auch eine Rolle, werden Sie später noch erleben, wenn Sie hier einen ganz besonderen Einsatz erleben werden. Aber das kriegen wir in diesem zweiten Teil des Flugprogramms hier in Fassberg am Tag der Bundeswehr noch zu sehen. Das schafft sensationelle 305 Kilometer pro Stunde. Diese Maschine hat Platz für 16 Soldaten und Ausrüstung. Diese Maschine ist im Einsatz als Rettungshubschrauber oder auch mit entsprechender Bewaffnung als Begleitschutzhubschrauber. Das werden wir nachher auch noch ein bisschen mehr erfahren. Und dieser Hubschrauber hat eine ganz besondere Steuerung. Fly-by-Wire, der erste vollelektronische Hubschrauber überhaupt. Was bedeutet das, Konstantin? Ja, also Fly-by-Wire, ich weiß nicht, der ein oder andere von Ihnen kennt vielleicht auch ältere Hubschraubermodelle, die mit Geschränke funktionieren. Das heißt, ich habe vorne meine Steuerungsorganisation, die mit entsprechenden Wege, mit einer Schrankung, woher um den Stand geht das Ganze dann ab. Wird übrigens geflogen von Aircraft-Commander Hauptmann Darm Friedhoff, Pilotin Philipp, und er hat an Bordtechniker, an Bord-Drei-Mann-Besatzung. Da haben wir sehr viel Elektronik drin, ja? Und der Bordnischer, der ist natürlich auch ein wichtiger Mann. Sie sehen das hier ganz gut, hier im seitlichen Vorbeiflug. Zwei Piloten sitzen vorne, aber wer schaut denn an? Also Schlagzeuger, die unbedingt mal Hubschrauber fliegen wollen, melden Sie sich bei uns. Die können sich informieren, natürlich auch über die Ausbildung zum Hubschrauberpiloten heute an diesem Tag. Man muss dazu natürlich auch sagen, dieses Zusammenspiel der verschiedenen Steuersysteme, trotz aller Elektronik, in dem die Profis immer wieder trainieren und auch lernen, dieses Ding zu fliegen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen ganz tief ins Mähkästchen greifen. Ich habe gehört, dass den hartgesottenen Piloten, die die größten Manöver mit diesem Hubschrauber fliegen, im Simulator schlecht wird. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist die sogenannte Simulator-Krankheit, ja? Jetzt mal abschieben wir uns mal ganz kurz, jeder darf doch mal liegen. Wir dürfen da weg, meine Damen und Herren, der F-90, der modernste Hubschrauber, frei, 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 frei. Der Wettkopf, hier, fast noch. Und der Simulator-Krankheit, sie funktioniert so ein bisschen wie die Sehqualität. Abgesundene Piloten wissen, wie sich das Luftfahrzeug draußen anfühlt. Und der Simulator... Lassen Sie sich von ein paar spektakulären Fruchtverlösen beeindrucken. Das heißt, der Fahrzeug hat ein bisschen mehr zu dieser Maschine. GF-90, der Fahrzeug hat ein bisschen mehr zu dieser Maschine. Wir haben von Multi-Rolle-Systemen gesprochen. Das heißt, die Maschinen sind für alle dreckbaren Einsätze ausrüstbar. Hier im Falle des Tiger sind schon fantastische Fehler. Was die das nochmal auf sind, wirken. Das sind finanzielle Farbe, weil die Kerkelsche nicht guter. Der Tiger wird eingesetzt für Aufklärung, Übersachung, Begleitschutz, direkte Unterstützung von Bodenkräften mit den verschiedensten Geräten ausrüstbar. Ganz wichtig, auch eine kleine Stunde, wie wir im Rotor, den spektakulären Flugmanöver sehen. Jetzt denken Sie dran, was ich gesagt habe. Wenn er vorbei ist, wird es erst richtig laut. Ein Kilo muss man natürlich noch ein bisschen aufschalten. Es ist sehr intuitiv gebaut, also man kommt wirklich leicht ran. Man hat eine Spracheingabe. Man hat alles visuell auch in einem Helden mit Helden auf der Zeit verpackt. Aber nichtsdestotrotz, wie Sie schon sagen, jeder kleine Fehler in der Situation hat. Wie gesagt, wenn er hinten seinen Nachbrenner aufschleuchtet. Hallo Pascal. Wir gucken uns den noch einmal an jetzt. Wie gesagt, diese Maschine hat nicht nur... Wir longtimeen Trucks Brooke, die Fahrzeug ist für alle wieder 261. Wir haben einen Zugang mit dem Schuhkrieg mit dem Schuhkrieg mit dem Schuhkrieg- und F-H-2. Schuhkrieg mit dem Schuhkrieg-Virken. Dort haben wir die Fahrzeugkrieg mit dem Schuhkrieg mit dem Schuhkrieg mit dem Schuhkrieg mit dem Schuhkrieg. Untertitelung des ZDF, 2020